ok leute es geht weiter mit joshy island und musik ist wieder da ja nicht gehört egal noch weiter so richtig ja du spielst ich glaube die sich einfach nach alphabets bei dem lachter noch fängt ich doch ok solche musik mag ich immer aber aber er hat es gedacht dass es irgendwas passiert dass es irgendwann passieren wird dass sie das machen das ist einmal gedacht nein ich meine da kannst du kannst öffnen erzählen das nicht so schlimm für mich ist nicht für mich ist nicht schlimm kannst erzählen sammeln also nie gedacht tun ich so jetzt ich weiß was ich gedacht habe vor deine großartigen reden hier vorträge ja ich habe ich habe aber aber was ich gedacht habe bestimmt ein glaubwissen oder nicht wenn ich schon irgendwas intus habe da kann ich doch gleich durchziehen egal du bist ihm schneller vor und schneller als davor oder ich habe ihn gehofft so wird alles einsammeln aber er ist ja nicht angewohnt bei mir die sachen und abkürzung glaube ich bestimmt gibt es dann abkürzung bestimmt gibt es dann abkürzung bekommst ok das war echt richtig gespielt oder richtig gesammt denn 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 ok diese arten habe ich immer gehasst die nerven so richtig ok 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 neuladen die passen der melone ist geklaut die ok das war schlau die solle blume ja eine blume oder eine wolke eine blume ist da drin oder was ja zeig warte mach dann ach so so eine blume ich dachte so eine ach so ich will ganz andere blume vorgestellt so mit schönen farben so rosa voll scheiße ich kann nicht mehr so gut kommentiert wie davor ich bin erst vor kurzem aufgewacht seit tagen seit tagen habe ich diese seit dem samstag empfehle ich mich so ob ich jetzt jeden Tag du Wichser seit tagen fühle ich mich so ob ich jetzt so vertrunken wäre das heftig das ist wie ein Mann nein niemals man niemals wie ein Mann aber das wird sich komisch an doch lieber nicht dichter machen ja leute ich bin im dunkeln das ist wie mal einer demo denn 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 sie durch das von abwürgt der ziel versteckt ein paar hochschießen das alle gesammelt die blumen gut du verfickte hier wollen sie hier wollen dass wir in ihr untergrund werfen er ist nicht so und das er wird liegen wir haben schon nun wird doch alle blumen blumen ach so ist ein bonus hat und ich habe gedacht dass immer etwas anderes ist ja okay davor zu allen münzen egal davor aber egal da habe ich auch gesammelt jetzt sage ich nicht gut so aber die blumen ist glückskarte doch eigentlich hasse das ein versuch decke eine karte und lass mich nicht so lasst mich nicht zu dem ende lesen egal das war auch irgendwie unlogisch wenn er drei hexen werden das unterschiedlich ich weiß es nicht was kann jetzt was kann jetzt dieses vor den bis jetzt in die stärker lanzen labada lambada ich hab voll vergessen denn denn dann machen wir weiter aber sollen so machen wirklich soll das machen was er sagt ja leute einmal das lillipot an dass ich sage dass ein kopien von sponsport lillipot an das haben wenigstens ja mit einer zunge schiebt die sehr gut weg ich weiß nicht heute wir waren ja ich war du weißt ja welches mädchen meine ja ja leute ich erzähle nicht was immer privat privat leben alles abläuft doch einmal nicht hier wenn nach der aufnahme wir haben heute zu viel gelacht du weißt nicht das ging ja ich hatte heute fünfte sechste frei der sind jetzt so eine andere freundin gegangen leute ja ich habe keine namen hier jetzt wirklich den geheimgang bist du weißt du gar nicht wer es heute heute war das war ja man weiß gar nicht also leute nicht anders gewöhnt bei mir ich weiß gar nicht egal dass wir das abgehen kläfte ich glaube er ist kläfte oder jetzt dann ist ein sport nein ist ja nicht vor ich kläfte habe ich irgendwo gehört und ich auch deshalb habe ich nicht mehr plagiator das ist kopiert habe ich doch auch was ich dachte ein bisschen verpackt hier was die davor ja verdammt so ist denn 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 das alles sammeln aber wir machen mal so okay in einem in einem fahrt schloss und drei welten davor okay ja sind denn wenn ihr wartet sind wir warten ach ja das war nicht der letzte letzte mal dass das war nicht der dritte fahrt das war der vierte fahrt ich habe schon davor drei fahrt aufgenommen kein problem es ist nur wichtig dass die zuschauer sehen was da alles ist das jetzt auch nachspielen können wenn wir so wollen denn in den hallo ja es gibt eigentlich ja das geht nicht weg von karte es ist wieder da das ist wieder ein blog glaube ich nein das ist es bleibt nur okay ich meine ich meine ja nun muss nur zeigen das ist alles man das ist der fünfte part wollte kurz erwähnen ich will diesen let's play unter 10 part wie super mario advents 2 weißt du kannst ob es bei mario advents 4 fett oder das mit pause mit schiff und so kennt das nicht nur wo mario irgendwie frosch sein kann und alles hallo hatte was hast die ganze zeit dann getroffen ich habe ich habe alle verstanden kommt jetzt moment moment wenn wir hatten vorhanden die großbonus großbonus hat es immer bis jetzt an die bin wo bist du das ist nur noch eingebildet nein das habe ich mir nicht eingebildet ja hier was wir hier du siehst nicht mal ob der irgendwas ist ok ich habe mich dann gehört wie soll man wissen dass da irgendwas ist das soll jetzt viel hier sollte man die Schlüssel benutzen naja dann ruhig ihr dauernd das ist leicht mit dem hier ich habe es schon geschafft die und du hast dann hier also auch wenigstens so gut hatte fehler gemacht jahrelang erfahren mit tastatur also ein jahr das bisschen schneller als davor bitte bitte ja das ist jetzt müsste es mit einem verdammten fehler ja in zwei leben er gibt es zu leute denn wenn sie einige folgen ich bin irgendwie gut ich habe bisher keinen hater gehabt egal die hater sollen kommen ja du hast es mir was ja schmutziges und böses kommentar hat sie bisher dann gegeben die folge stimmt mit was denn muss baby ja die bekomme ich kann das baby runterfallen verdammt sich richtig gefreut hier geschafft denn den cheirer Signale ich muss bei Barde Warte 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 Bonus 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 Challenge ich dachte jedes Mal man bekommt das wenn man alle Blumen hat racke doch das ist keine absicht egal das als meine es gilt künste es gilt künste es gilt künste in diesen doppelmoppel jede karte gibt es zweimal decke die fahrer auf um das abgebildete item zu halten du kannst so lange spielen bist du nicht bist du dich zum zweiten mal das ist geil die muss auch zeigen warte ich merke warte warte mit die oberein ob ich habe mir gemerkt ich nicht die hier erst einmal zu deines die hier das da macht und das da ich habe mir ein zugemerkt dass da okay bis jetzt ist es nicht und das da hast du noch was gemacht nein jetzt du ich habe meinst du sollst gucken wir mal was ist das dann cool zuvor vor der hatte man mal f1 so leute es geht weiter der musikmarine warte mal ein rote ein russ von hier war das andere rote ich glaube das war das da ich ja ja glaubt schon ich habe mir das aber auch immer so weit war ja ich hatte recht macht wie lange da bin ich denke mal dass ich das letzte das letzte rosenjahr das war nein warum man sich mal war nicht von da ich wusste es auch egal zwei mal gehört jetzt erst das ok so dass da ok das haben wir was weiß wo du das zweite rote war da unten glaube ich ok wir wissen ja wenn ich auch irgendwo da und ich bin mir nicht sicher ja oder es war niemals niemand anders und glaube ich niemals jemand das war nicht niemand aber wir haben alles alle ich habe ich jetzt in dem extra scharf alles ich glaube schon ich kann mich noch an so vieles erinnern das war eine verdammt deswegen ist es gut wenn man let's play together dazu und dazu macht ja muss sie die musik ist toll was kann man was kann die lupe was kann power und was kann das da was denn drücken was also damit nicht dass die aufnahmen irgendwie behindert wäre sage ich dir was nein mann die einzige steuerung ist warte und was ist damit mit acht warte es gibt es dann es gibt acht welten ja ich weiß aber auf der weltkarte sind sechs ein zwei drei vier fünf sechs acht warte das war jetzt noch mal select select ok wir haben auch wasser spiele ich weiß nicht das kann gerade schwul was dann drücken da kommt niemals was raus kommt werden wir habe ich jetzt ja komm mach ok select hab ich ja mach du wichser das sind unsere alten warte da steht immer was sie machen können dass sie bekommst natürlich starke sterne power ist einmal kommt power halt das ist ja du bist ein ich glaube ich sage die praktischen an was so okay also bestellen du kriegst voller eier belohn ist ja klar power erklärt und das ich glaube das hat die die alle ich weiß nicht mehr okay machen wir wieder weg okay ich habe mich gehört ich habe die wette verloren aber egal keine hat's gesehen dass wir wette gemacht haben keine hat's gesehen nur wir beide ja das heißt niemals muss zeugen haben dafür du hast gerade zugegeben verdammt rock lieben wohl augenbrauen oder ein bisschen 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 hatte ich habe ich weiß auch nicht irgendwie wenn da sein mutter muss man das irgendwie machen ist aber etwas kann man kann man was ist aber du hast nichts ververses sagen und gar nicht und beweise nein habe ich zugeben nein bin ich kein beweis ich habe ja sagt nein du bist ein niemand vor das wäre heftig das war heftig ich bin ja nicht einige leute ja ich weiß du hast du mein video gesagt ohne mich bist du nichts da ich habe ich habe ich öfter so hinterher gehört habe mir böse pläne nach gedacht egal du bist den satz zurück irgendwie küsse zurück also ohne ohne dich bin ich gar nicht ja muss die leute wissen dass sie besser werden sie doch um so hey ich habe die kummer ja den großen kannst du nichts machen wenn ich nicht kommen die mit dir jetzt nicht die nicht gehen was passiert dann das bummer an keine bieten sagen die kommen natürlich muss die was wir haben bis seiner 15 minuten gespielt ich meine jetzt nicht aufnahmen zu bänden ich meine das jetzt um zu machen ja was ist das wahrscheinlich macht ja ich weiß aber war es am flachkopf egal es gibt immer müsste bildung im spiel und in der menschheit oben gab es was ich weiß der exenischen denn 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 der die sommer das stimmt ja verdammt warte Das war so knapp Egal, komm nochmal Ja, ich glaube, ich glaube, das klappt es Jetzt? Locker Nein, 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 ich meine nur, dass wir in zwei Parts eine Welt schaffen Achso Da haben wir insgesamt dann Wenn ich jetzt richtig waschen, ja Aber da standen dort, da waren nur sechs Welten oder nicht? Das untere, für diese Welt gab es acht Level Achso Genau Und nicht unter Wasser Uboot, Yoshi Ich hasse das Ich hasse ihn, Maulwurf, Yoshi Die kann man so behindert steuern Maulwurf, oh, weiß ich gar nicht mehr Aber ich hasse auch über den Azugel kann man mit denen ja rumschießen Die Fischern noch ähnlich können mit Super Mario Advance 2 Und dann bist du Oh, ein bisschen Oh nein, die muss ich dreimal Eins Achso Zieh durch, zieh dich Zieh durch Oha, oha, oha Zieh durch Wie geht es jetzt nicht Tintenfel Das macht ein Geisterschaft Ach, wenn man diese Terroristen werfen einmal ihre Atombomben auf uns Ding, 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 ding Oh Guck mal, sieht das nicht heftig aus, wo man Oh, schick Er kann diese, guck mal, guck mal das Teil da an Kann das nicht ein Kind so traumatisiert, guck mal wie das aussieht Weiß ich mich also nichts Ja, bist du jetzt ein Kind oder was? Bis 18 Ja, ja, früher Ich bin auch nicht mehr drauf geachtet Oh, niemals Das ist so, wo sie so Ja, ich gehöre Irgendwie kommt es mir vor, dass irgendwas wäre Irgendwie kommt es mir vor, dass irgendwas wäre Ja, sieht nicht aus Oh, ich hasse den Boss gegen den muss ich noch kämpfen Ach ja, als Boss Ich weiß, warte, was war der Trick bei ihm denn? Hat er nicht irgendwie seinen Mund aufgemacht? Und ich wurde kleiner Ach ja, Ing Ich hab das Spiel noch nicht gezeugt, weißt du? Weißt du, ja Ich weiß, dass von Let's Plays her Hä? Achso Ich glaub, von Let's Plays kann ich auch viel von diesem Spiel lernen Ich find ich, Leute, was schon vergessen Vergiss ich mal wieder Oh, geschafft Yeah Oh, äh, Borderms Ja, leck mich, du scheiß Opferkind Und rein mit uns Ey, heute haben wir Wir waren heute bei einer Gala Äh, Jugend in der Krise Ey, das Das war das Schlimmste Ey, du weißt, äh, Rockmusik Ich hab ja Rockmusik Aber niemand so einen heftigen Also Nein, nein Nicht von, äh, nicht von, äh, so Äh, Satan und so Ich meine das so Warte Ich meine das Ich meine das so Das war richtig laut Achso Ich kann ja Rock ertragen, aber wenn es so laut ist, dann tickt ich auch Ich hab nur drei, boom Egal Es gibt für alles ein erstes Mal Egal Okay Die haben gesagt gesungen, die wurden einmal hochgenommen Die ganze Was soll die Die haben Die können das Smoke on the Water, oder? Das Lied kennst du bestimmen, wenn du das hörst Ja, wenn ich es höre Ich gucke, die haben dieses Diesen Anfang Ich und Susan haben das sofort erkannt Die Smoke on the Water Ja Ein Leben dazu Ähm Die Musik von dem war echt laut Das hat voll genervt, man Das weiß ich nicht Wirklich? Börksfestung Wie viele Minuten haben wir? Ja, nicht schon Mach das noch zu Ende Geht ja noch Das wird sowieso 200, äh, 75 MB oder so haben Die kannst du aber durchwaschen, oder? Äh, könntest du jetzt... Was? Nein, 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 ich hab mir gerade gefragt Kannst du dich da jetzt irgendwie nicht hoch waschen, oder? Dann kannst du irgendwie waschen Ja, kann nicht Okay, dann manchmal extrem Jetzt komm ich mit fast vorwärts ausdauen Hä? Fast vorwärts ausdauernd Ich will wohl sein Du bist noch Oh, da passiert aber das hier, meistens Es passiert nur, wenn du nicht aufpasst Warte, ja, du musst erst, du musst als Schlüsse erst holen Ich weiß nicht, wo genau Und dann doch, doch, doch Du musst Schlüsse holen Ich weiß, ich weiß noch Man muss irgendwie nach rechts gehen Und irgendwann ganz hinten was holen Hä? Hast du, wenn du ganz hinten gehst, kommst du an dieser Tür? Keine Ahnung, ich hab alles übergessen Achso Oh, eins Ich muss warten Zwei Und Okay Ich muss alle besiegen, um Schlüsse zu holen Ich muss gleich wieder gucken Wieso? Ich glaub, ich krieg nur was Aber ich weiß, ob das wichtig ist, sonst nicht Sprühe nach rechts Achso, stimmt Manchmal hab ich auch mal eine gute Idee Hä? Manchmal hab ich auch mal eine gute Idee Ich hab da nicht andersrum, damit ich das hier bekomme Achso Egal, jetzt hast du wieder Eier Ja Das ist echt zweideutig Ja Oh shit Das hab ich jetzt nicht gedacht Ich muss noch warten Was erwarte ich denn von einem Super Mario Advance spielen? Vieles Warte Sag jetzt nicht bis Ups Ich kann hier wieder zurück Scheiß auf die Oder musst du das machen? Ich weiß es nicht Ach, du enttäuscht mich Lass mich das dann machen Okay, lass mich noch einmal Ob ich noch mal ein Fehler mache Ab jetzt Und dann machen wir das Was? Nein, ich muss nochmal ein änderschen Esщо mal langsam, ey Das war den hier Und dann warte ich, bis er wiederkommt Und so Und dann warte ich bitte Und dann hinst du Und dann warte ich wieder Und dann mach zu Und dann warte ich mit Und dann mach zu Das haben wir Okay das ist ja sehr sehr gut gemacht okay deshalb war es da ich wusste es wirklich nicht nur wegen einer verfickten Blumen hast du jetzt gemacht das muss jetzt echt nicht sein dieses Kommentar oh mein Gott perfekt da hoch muss ich aber ich komme ja später verdammt ich wollte eigentlich gerade ausgehen und du hast mich abgeholt sagt das nochmal ich bockst dich okay traut sich nicht Leute was denn das freut mich nicht egal sag mal wird es angespritzt deswegen rede ich nicht mit dir ach ja dass da und scheiger ist die Totsen und trotzdem die Atombombewerke können kannst du nicht einfach mit ich glaube ich muss es was machen wir oben wenn die Stamm hat das gemacht dann machen wir das dann mach mal dann warte ey ich sag jetzt nicht du bist jetzt muss ich das nicht tun ach so ey das ist keine Absicht egal ich sag einfach dass es nie passiert ist was ist was egal nix besser gesagt ja was ich was ich gehört habe ne was hast du gehört das ist hä über wen was ich weiß ich weiß ich weiß ob ich das so ich hasse nicht dafür ich habe es müssen diese Sachen oh aber egal warte mal so was ich wirklich was ich guck jetzt wo bist du was du was sie was schon mehr jetzt was nur was schon was achso was ist doch von mega mann was der Hund jetzt habe ich mehr mehr dann will ich in einem Bakken kneifen der Linden okay du hast genügend Eier hier hat sich jetzt als gerede eier ist alles was ich sage ich weiß keine gutes geld irgendwas gelb ist es da oben ist klar ist klar hat wieso sind die gelben teile nicht verletzten nur wir wenn wir da reingehen das hat keine ahnung das war schwarz nein 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 das war gerade richtig laut deswegen kann es einfach nicht überspringen ich glaube schon aber egal zieh durch von 9 die kann man nicht zerstört auch und krieg dich was schon guck man kann das noch mal fragt meiner hatte gerade den vorstellungen gehabt oder das ist so laut und da man muss das laut machen was sie so ja wir haben wir haben muss ich wieder lesen schön dass du vorbeikommen vorbeischauen so schieben gehört hat noch nicht gefrühstückt wo war jetzt der tipp er hat nicht gefrühstückt das muss er nicht essen ach so du weißt schon sehr was ich ich bin klar guten Appetit ach ja du musst ein kele treffen du musst jetzt warte warte wie groß die sind oha so große Eier hast du noch nie gesehen ne ey das war echt zweideutig verdammt shit das hat ich gar nicht gemacht ist klar und ich ja ich habe solche Eier nee das muss ich echt nicht mehr wissen sollen wetten doch wetten nicht scheiße in den Kommentaren die weiblich die weiblich sind zuschauer bestimmt nein ey du weißt nie welche welche leute was wir vorliegen haben trotzdem was passiert warte muss eigentlich in das rohr landen oder was ist jetzt los siehst du dich ich bin nicht rumverdammte kacke guck doch mal guck doch mal guck jetzt ach so ok klop klop komisch jetzt machen wir es klappt Oho Man Wie weit muss das noch öffnen? Noch einmal oder zweimal Okay, komm Tod Jetzt hat der Magen Darmgruppe Warum ist Yoshi nicht in ihn reingegangen? Das ist eigentlich das Rohr, wo man von hinten rauskommt Was denn? Der Frosch hatte Yoshi in ihn Was? ja ich weiß das toll und wir leben drei leben dazu ich wusste das irgendwie und liebe richtig wir wenden die part tschüss